Die Headlines des Tages. Selenskyj spricht sich klar gegen Einfuhrbeschränkungen aus der Ukraine aus und laut Kurierumfrage sind 60 Prozent für mehr staatliche Eingriffe in den Markt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat eine mögliche Verlängerung der Einfuhrbeschränkungen aus der Ukraine in die Europäische Union scharf kritisiert. Jegliche Verlängerung der Beschränkung sei absolut inakzeptabel und offengesagt anti-europäisch, sagt Selenskyj in einer Videoansprache. Europa habe die institutionelle Fähigkeit, vernünftiger zu handeln, als die Grenze für eine bestimmte Ware zu schließen, ergänzt er. Die fünf östlichen EU-Staaten, Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und Bulgarien, wollen auch nach dem Datum am Importverbot festhalten, sollte die EU-Kommission keine Verlängerung über den 15. September hinaus beschließen. Landwirte aus diesen Staaten klagten über einen Preisverfall, der durch landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine verursacht worden war. Im Süden Europas toben weiter zahlreiche Brände, so auch auf der italienischen Insel Sizilien. Besonders betroffen von den Waldbränden ist der Norden der Insel mit Palermo und Umgebung. In der Stadt Messina mussten Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Auch in der Nähe von Palermo brennen die Wälder. Auf der Insel herrschen Temperaturen bis zu 47,6 Grad. Kurzzeitig mussten auch Flüge von und nach Sizilien gestrichen werden. Ab 2024 wird die Förderung für jüdisches Leben in Österreich erhöht. Das gibt Verfassungsministerin Karoline Ettstadler heute im Zuge des Sommerministerrats bekannt. Das beste Mittel im Kampf gegen Antisemitismus ist die Förderung und die Sichtbarmachung jüdischen Lebens. Grundlage ist das 2020 beschlossene Gesetz für die Absicherung des österreich-jüdischen Kulturerbes. Dessen Ziel ist die Förderung und Sicherstellung eines sicheren und selbstbestimmten jüdischen Lebens in Österreich. Österreich hat sich zum wahren Vorreiter im Kampf gegen Antisemitismus entwickelt. Und wir wollen ein pulsierendes, florierendes Zentrum jüdischen Lebens in Österreich hier auch sein und das auch bleiben. Die Förderung soll nun von jährlich 4 auf 7 Millionen Euro erhöht werden. Die Inflation im Euroraum ist im Juni 2023 auf 5,5 Prozent gesunken. Die Teuerung ist in Österreich mit 8 Prozent im Juni auf konstant hohem Niveau. Laut einer Kurier-OGM-Umfrage sind 63 Prozent der Befragten der Meinung, die Regierung habe die falschen Zuschüsse und Hilfen gegeben. 14 Prozent sind der Meinung, die türkis-grüne Koalition habe zu viele Förderungen genehmigt. Für 11 Prozent waren das Koste-es-was-es-wolle-Budget und seine Ausläufer zu wenig. Uneins sind sich die Befragten bei einer von SPÖ und FPÖ geforderten Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel. 47 Prozent befürworten sie, 44 Prozent sind dagegen. Bei der letzten Frage, ob der Staat grundsätzlich mehr oder weniger in den Markt eingreifen und diesen regulieren solle, sprechen sich 60 Prozent für mehr staatliche Eingriffe aus und 25 Prozent sind für weniger Eingriffe des Staates in den Markt. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.